Wir können ja warten wie die listige Spinner. Ja. Er hat wohl kommen und seine Beute abholen wollen. Oh, da kommt er schon. An der Brücke ist er. Oh, ich glaub's nicht, man. Attac-Mission. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Kapelle. Ich hab hier auch mal ne Schrotflinde dabei. Ja. Hoffentlich geht's gut. Mhm. Sonst... Wenn ich nicht wenigstens einen Killen mache mit dieser scheiß Schrotflinde. Da spiel ich so schnell keine mehr. Was weiß ich, die Giftspitze war ja gegen Gift. Achso, weiß ich gar nicht. Ja. Alter, da rennt so'n Zombie rum. Und ich hab schon gedacht, scheiße, man. Spieler. Ja. Ui, ui. Was ist denn? Schlechte Position. Zum... Nehmen des Hinweises. Ja. Still, oder? Das sind sogar zwei Versorgungswagen. Oh! Das war schon recht klar. Ja, aber das war wirklich nur Alice-Farm oder so. Das war von mir. Ja. Auch nicht. Mhm. Vielleicht... Vielleicht die von Skapa Lake, die rüber sind so... Dingskapette gelaufen sind. Ja. Jetzt hab ich ihn gesehen. Eine Ahnung, bisschen auch weit weg. Da drüben auf der Insel... Da drüben auf der Insel hockt er. Ah. Scheiße, Alter. Bei Catfish Cove war glaube ich auch noch bisschen was. Ja. Aus der Richtung. Da auf der Insel. Scheiße, Alter. Da hatte ich umgenleadet. Ich komm ja nicht so weit. Da drüben auf der Insel. Ja. Kannst mich aber, denke ich, aufheben. Ah. Da wird ja wieder einen reindrücken. Muss schnell wegrennen, Alter. Jetzt. Los. Hopp. Wir können ja warten wie die lästige Spinner. Ja. Er hat wohl kommen und seine Beute abholen wollen. Oh, da kommt er schon. An der Brücke ist er. Da ist er schon. Okay. Scheiße, Scheiße. Der ist schon auf dich gestossen. Ja. Der ist aber im Wasser, oder? Muss irgendwie im Wasser sein. Er hat mit Ködern zu tun, glaube ich. Hier links. Ne, die Köder haben abgelassen von ihm. Ne, jetzt aber, glaube ich. Der ist schon hier. Der ist unter der Brücke, glaube ich. Ja. Die Köder gehen unter die Brücke. Tappen. Hast du den schon getötet? Ja. Ja. Mann. So viele Bäume. Hier unten war der, oder? Der war weiter hinten. Ich habe bloß irgendwas gesehen und dachte mir, schieß mal drauf. Direkt aufhörig. Ey, hier war ich noch nie unten, Alter. Ich auch nicht. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Muss er gelegen haben. Oh. Eine Ministrant. Die nehme ich doch glatt. Komm her. Alter. Scheiße. Wo ist der Boss? Alter, das zeigt bloß. Oh. Noch weiter ging es nicht. Ne. Ich dachte ja, ich kann ja eine Solo-Runde drehen. Zwei Jamaicanische Brüder abknallen oder so. Ne. So wird das nichts. Ne. Oh. Oh. Die Packs spiele ich ja auch gerne. Oh. Da hinten. Die kommen bestimmt hier lang. Ja. Hier unten steht was. Ja. Der rennt grad weg. Ja und schön. Da hinten. Schade. Alter. Oh. Die kommen bestimmt nochmal. Hat einen Hit. So eine Tusse mit einem blauen Hemd da hinten. Okay. Und rechts. Rechts vom Weg hockt einer. Oh. Ich hänge mal geschissen. Der Typ hat noch keine Leute gekillt. Der Typ ist erst einmal gestorben und hat keine Leute gekillt. Einen habe ich. Da rechts noch. Oh. Den hat der andere weg geholt. Ja. Hinter dir. Hinter dir war der Schuss. Von den Docks. Meinst du? Ja. Ich hätte fast gedacht von dort irgendwo von der Brücke. Ne. Ich glaube von den Docks. Warte. Dann lassen wir mal. Lassen wir sie mal ein bisschen gucken. bisschen die Schnauze voll haben. Dann hebe ich dich auf. Dann hebe ich dich auf. Du liegst nämlich auch sehr schön auf einer Fläche. Ja. Aber ich sehe keinen. Ich weiß nicht was die haben. Zielfernrohr oder was. Keine Ahnung. Na vielleicht. Oder bestimmt. Deswegen. Wenn ich die nicht sehe. Guckt er dort drin. Soll ich es mal riskieren? Mann. Ja guck nochmal da vorne irgendwo. Ja genau da. Ob du da was siehst. Habe ich es euch gesagt? Ja. Der hat mal gerade den Kopf gesehen. Mhm. Rechts von dir. Oh. Oh. Hey. Wollte meine Spritze nehmen eigentlich. Mhm. Da wickelst du mal. Mann. Lauf doch nur! Oh Mann. Mist, die fackeln nicht ab. Oder? Nee. Ich brenne noch nicht. Jetzt steht ja noch so eine Schlampe rum, Anger. Da ist doch einer. Rechts nimm dir mehr Hügel. Ja, ruhig. Er zeigt sich nicht richtig. Nein, da habe ich einen aufgespratzt. Achtung, der Krant kommt. Nein. 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 Will ich da jetzt wirklich hoch? Ja. Wenn hier überall Licht ist. Na, auch eine Zwinger-Trigger-Erfahrung. Aber wenn das die... Achtung, da sind auch wieder ein... Mh, habe es schon gehört. Wenn das die Typen sind, die bei der Devon Ranch gespawnt sind, dann waren die aber verdammt langsam. Ja. Weil, guck mal, du hast den Hinweis bei Cyprus geholt und ich war schon bei der Ranch fast. Mhm. Ah, ich glaube da hinten habe ich was gesehen. Da brennt sie auch. Glaube hier hinten. Okay. Ja, hier vorne läuft einer. Aber einer ist, glaube ich, im Haus. Ja. Oben im Fenster. War doch gerade einer an der Hütte gerannt. Ja. Der andere ist noch im Haus. Kommt der, glaube ich, entgegen? Der ist oben. Immer noch da in dem Raum beim Fenster. Ah, okay. Okay. Der ist tot. Sehr schön. Wobei der gerade aus dem Fenster springt. Kurzer Prozess, Junge. War der am Fenster und ist rausgefallen? Seine Waffen liegen hier. Ja. Oh, da wirft jemand was. Ja. Ja, der liegt hier unten noch auf dem Blech. Da wirft nochmal jemand was. Oh, shit, shit, shit. Renn, 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 vor Christ. Einen habe ich gehittet mit dem Dynamit. Ist klar, er gibt mir einfach im Runterfallen einen Header. Der hat nur Sparks, ey, die sind auch wieder schlechter. Hast du den schon gekühlt? Nee. Da haben wir gerade mit Zombies zu tun. Okay, der war da irgendwo. Nein. Lauf, lauf, lauf. Noch ein Treffer, ich bin tot. Alter, mit 10 HP läuft der hier weg. Geil. Schön zickzack. Also, noch ein Team. Achtung, da hinten hat gerade einer was gebaut. Bei dir im Feld ist einer. Nee, hier vorne. Ah. Der Schwarzmantel wird gekillt von Richtung Kirche. Alter, nein. Da ist ja einer, der ist ja Maus. Mal unten. Er hat einen Schrotflinter. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Pass auf, da vorne war noch einer. Da in die Richtung, wo du jetzt guckst. Da hinten wo den Baum. Äh. Der hat da durch den, durch das, durch den Schlitz durchgeschossen. Von dem Zaun. Mhm. Also durch das Loch da, wo man durchkriechen kann. Ja. Ist er noch. Kannst du mich ja vielleicht schnell aufheben. Ja. Die haben gerade andere gekillt. So, aber vorsichtig. So, jetzt. Geil, 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 geil. Danke. Bitte. Aber dann leben hier noch zwei. Ich glaube, die looten die gerade irgendwo dahin. Aha. Den Drecksack mit seinem Pornhain muss ich umnieden, Alter. Ich hasse diese Waffe. Ich auch. Alter, der sitzt da im Gebüsch. Ich hab den einfach nicht gesehen. So eine Tussi mit Hut. Ja. Sehr schön. Das war die, die mich gekillt hat. Aber töte erstmal den Pornhain. Der kommt jetzt gleich. So, Deckung. Ja, das war die mit der Bornheim. Sehr schön. Wenn du die lootest, fackel dich so mal an. Ja. Schauen wir mal, ob der Partner kommt. Abfackeln, das Miststück. Hier ist schon mal ne Axt. Okay. Hier chillt noch n Hammer. Hier chillt n Hammer, Alter. Ja, weil der da einfach so hoch steht. Oh, bei dem, hier muss man aufpassen, wenn ich zeigen. Ja. Plutung. Komm, nehmt ihr eine Zwicknühle. Oh, jetzt. Scheiße. Oh nein. Oh, er hat vorbeigeworfen, glaube ich. Ich hab das Messer gehört. Okay, ja. Ja, man muss mich zetteln. Bisschen klingen. Da ist immer noch weiß. Ich brauche Ausdauer. Ist immer noch weiß. Na gut. Die anderen sind schon mit dem Boss raus. Ja. Schon wieder schade. Ey, Matze, hier ist noch Spezialmunition raus. Oh, geil. Er braucht nicht mal viel. Ja. Aber warte, ich würde den gern wegschieben. Okay, mach. Also hier vorne ist die. Sehr schön. Sauber, wieder volles Leben. Ja. Ja, sind wahrscheinlich alle raus jetzt. Glaube nicht, dass vielleicht... Guck mal, der Boss war da oben. Wenn die da oben gerade... Auch die da oben gespawnt sind, die werden nicht runterhennen, denke ich. Ne. Zumal der Ausgang gleich dort ist, die werden die rausrennen. Sind ja schon weg. Ja, wo die, die eventuell dort waren und die angreifen wollten oder was weiß ich. Wie viele haben wir umgebracht? Fünf? Ich glaube, fünf oder eins. Vier. Ja. Oh, ne? Ehrlich? Wir haben zwei. Okay.